9. September 2018. Neue Wege im Wandel der Zy. Der Kongress wird präsentiert von motisan.ch Mit grosser Unterstützung von Daniel Bottlang aus der Kräutergärtnerei Bottis Pflanzen. Dr. Daniele Ganser, der Friedensforscher. Armin Risi, die geistige Herkunft des Menschen. Dr. Karl Probst, ein Arzt, spricht Klartext. Ottlon Lichtner mit Kirsten, Konzert- und Lebensmusik. Robert Franz, kreuzigt mich, aber gebt allen OPC. Dr. Frank Jester, wei kein Mensch. Dr. Hartmut Fischer, DMSO, das DMSO-Handbuch. Gottfried Glöckner, der Bauer, der auspackt hat. Wir freuen uns, dass er Heino wieder durch den Tag moderiert und Okitalk alles live überträgt. Mehr Informationen auf motisan.ch Bis bald. ghedi. Du Jesu0- actor.